Musik Jihau, willkommen im wilden Westen. Willkommen im Theme Park and Resort Slacharen in den Niederlanden. Wir zeigen euch den Park im Jahr 2020. Wir zeigen euch den Park im Jahr 2020. Slacharen ist bekannt für seine vielen klassischen Fahrgeschäfte. Zum einen hier El Torito, ein Schwarzkopf Monster 2. Musik Auch einen Freefall Tower gibt es hier zu erleben. 40 Meter geht es hier hinab und das ganz schön intensiv. Musik 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 Auch Freunde von Huss-Fahrgeschäften kommen hier auf ihre Kosten. Musik Im Park steht mit The Eagle ein klassischer Huss-Condor. Musik Ebenfalls von Huss, Tomahawk. Auch viele Aufsichtsfahrten bietet der Park. Neben einem Aufsichtsturm, der aus einer alten Schwarzkopf Zeppelin entstand, gibt es hier ein Riesenrad, eine Seilbahn und eine Monorail. Musik Der Apollo-Kettenflieger bietet euch einen Rundflug um den Mond. Übrigens war dieses Karussell früher ein ganz anderes Schwarzkopf-Fahrgeschäft und ist heute quasi das Wahrzeichen von Slacharen. Musik Noch ein Fahrgeschäft aus der Kategorie historisch wertvoll ist die Schwarzkopf-Enterprise 3. Musik Bevor das Fahrgeschäft nach Slacharen kam, stand es bis 1989 im amerikanischen Knott's Berry Farm Vergnügungspark. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Slacharen wurde 1963 durch Hank Bamboom gegründet, unter dem Namen Shetland Pony Park Slacharen. In 1998 erfolgte die Umbenennung in Attractive Park Slacharen. Seit 2010 ist der offizielle Name des Parks Team Park and Resort Slacharen. Im März 2012 wurde der Park von der Betreiberfamilie an die Freizeitparkgruppe Park Quest Roydinhos verkauft. Untertitelung. BR 2018 In der Wildwasserbahn Ripsow Falls könnt ihr euch mal beweisen, ob ihr wirklich nicht wasserscheu seid. Also rein in den Baumstamm und ab ins Abenteuer. Untertitelung. BR 2018 Mit der MyTrain geht's rasant durch den wilden Westen. Mit diesem Junior Coaster von Vekoma können selbst die Kleinsten schon ihre ersten Achterbahn-Erfahrungen sammeln. Mit der MyTrain gain wasserscheu seid, mehr und 놀�학 про熱 einheim chops, の Mit native Gfunk coordination wird. Und hier ist er, Gold Rush, der Gerslauer Infinite Launch Coaster. Hier geht's einmal rückwärts, einmal vorwärts, im Abschuss nach oben. Die Fahrt ist sehr rasant und bietet viel Airtime. Kann ich so unterschätzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Park bietet, wie der Name schon sagt, auch verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten in verschiedenen Ferienhäusern an. Auch ein Schwimmbad gibt es im Park mit mehreren Rutschen. Das war unser Ausflug in den wilden Westen Naslachhaaren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020